hallo heute ist der 9. mai wochenende schönes wetter ist das nicht herrlich eine idee wäre doch zu reisen aber letztes jahr immer gemacht da sah sich nicht so unrasiert mit legeren t-shirt nein weißes hemd krawatte und auf nach kroatien frankreich quer durch europa mit weimar tour den besten gästen der welt ja und diesjahr naturbuhren herrlich katze und hund freuen sich die frau freut sich schon seit wochen mich zu hause zu haben gar nicht genervt nein aber nächste woche geht es wieder los am 14 fünften geht es nach berlin weimar tour stellt zwei busse und wir treffen dort viele viele freunde viele viele kollegen denen es genauso geht wie uns wir bleiben nicht mehr zu hause wir kommen zu euch wenn ihr nicht zu uns kommt wir sehen uns in berlin